Intro Heyo Leute, Crymax hier und in diesem Video soll es um ein neues Insel-DLC gehen. Dazu muss ich jedoch ganz ehrlich sagen, dass es sich dabei lediglich nur um ein Wunsch-DLC von mir handelt und dass ich auch persönlich denke, dass es niemals so ein DLC geben wird, was ich persönlich jedoch extrem schade finde, weil ich so ein Insel-DLC wirklich übelst feiern würde, Leute. Es ist so eine extrem geile Idee und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dazu einfach mal ein Video, weil ich diese Idee wirklich so gefeiert habe und mich würde einfach mal interessieren, was ihr von dieser Idee haltet. Dazu könnt ihr mir ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich wirklich extrem interessieren, ob ihr sowas genauso feiert wie ich. Und ja, jetzt vielleicht noch um die Frage zu klären, wie ich denn auf diese Sache mit dem Insel-DLC gekommen bin. Ja Leute, das liegt einfach daran und zwar, wenn man sich ins Vanilla Unicorn, also in diesen Strip Club von GTA 5 begibt und dann hinten in diese Umkleider geht, da kann man eben an den Spiegeln und an den Wänden überall Postkarten von Paradise Island sehen, also Postkarten von einem Ort, der eigentlich gar nicht in GTA 5 existiert und da bin ich eben auf die Idee gekommen, ob es vielleicht irgendwann mal so ein DLC geben wird, also ein Paradise Island DLC, das eben noch eine Insel in GTA 5 Online dazukommt, finde ich persönlich jedoch ziemlich unrealistisch. Also wäre wie gesagt eine extrem geile Idee, jedoch muss man auch sagen, dass ich wirklich nicht denke, dass Rocks Ames eine komplett neue Insel in das Spiel hinzufügt. Könnten sie jedoch relativ einfach machen, denn wenn man überlegt, es ist einfach nur eine Insel und die bisherige GTA-Map ist ja eigentlich auch eine Insel, also überall außenrum ist Wasser, heißt man könnte wirklich sehr leicht zwar eine Insel noch außenrum platzieren und es wäre wirklich extrem geil. Ich meine Leute, stellt euch einfach mal vor, auf so einer Insel abgelegen von der eigentlichen Los Santos Map wäre dann einfach noch eine fette, so eine richtige Urlaubsinsel und da könnte man dann so richtige Luxus-Apartments drauf kaufen und könnte dann eben mit seinen Sportautos auf dieser Insel rumheizen, wäre doch wirklich extrem geil. Oder man könnte eben mit seinen Freunden oder mit seiner Crew eben diese komplette Insel belagern und diese dann gegen Feinde verteidigen. Es wäre wirklich eine extrem geile Idee Leute und deswegen habe ich diese Idee wirklich so gefeiert. Ich meine, bitte Leute, stellt euch einfach mal vor, so eine Paradise Island Insel, einfach in GTA 5, so abseits, wo man einfach hinfliegen kann, hat da sein Apartment und kann dann einfach auf dieser Insel rumheizen mit seinen Luxus-Autos. Also wirklich richtig geile Idee Leute. Wie gesagt Leute, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich richtig interessieren, was ihr dazu meint. Ja, wie gesagt, ist leider nur eine Idee von mir und ich denke wirklich nicht, dass es in die Tat umgesetzt wird. Jedoch könnte man sich auch fragen, warum Rocksciams denn überhaupt solche Postkarten, solche Easter Eggs in das Spiel einbaut, wenn es niemals so eine Insel geben wird. Also ganz ehrlich Leute, ich weiß es nicht. Es könnte natürlich sein, dass sowas tatsächlich irgendwann mal kommt, denn ich meine, warum sollte Rocksciams Postkarten von einem Ort, der eigentlich gar nicht existiert, in das Spiel hinzufügen. Jedoch, wie gesagt Leute, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, es ist zu unrealistisch, aber es wäre wirklich einfach extrem geil. Ja, wie gesagt Leute, das war es auch schon von diesem Video. Es ist nur so ein kleines Wunschvideo von mir. Ich hatte wirklich extrem Bock, einfach dieses Video zu machen. Und ja, tut mir leid, ich mache nicht so oft solche Wunschvideos, aber ich hatte wirklich einfach so einen Drang dazu, ein Video zu machen, weil ich diese Idee einfach so extrem geil fand. Wie gesagt Leute, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, wie würdet ihr so ein Insel-DLC finden. Dann hoffe ich natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Auch wenn es so ein Wunsch-DLC-Video war, dann lasst dem Video trotzdem ein Like da für ein größer Ampizeps. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein Leute, euer Crymax. Outro